Hallo zusammen. Heute ist noch Donnerstag, 26. September 2019. Aber jetzt beantworte ich die Frage von den 27. Tag. Und so, es ist klar, dass ich habe diese Herausforderung gemacht, jeden Tag im August und im September. Und die Frage ist, was will ich zu den anderen Teilnehmern sagen, so, sie können eine bessere Herausforderung, eine bessere Aufnahme machen. Was ist meine Philosophie über die Routine, über die Fehler und wie glaube ich, was glaube ich über die Philosophie des Lernen? So, ja, ich glaube, dass es, es ist wichtig, jeden Tag eine, eine Aufgabe machen. Und es ist uns egal, welche, welche Aufgabe wir, wir machen. So, die, die Herausforderung, diese, diese Aufnahme ist okay. Oder man kann ein Buch in, in, auf Deutsch lesen. Oder man kann eine Sendung auf Deutsch ansehen. Aber die, die, die wichtige Idee ist, dass wir müssen sehr aktiv sein. So, du musst sehr, man muss sehr aktiv sein und man, man muss sehr sicher sein, dass, dass er etwas lernt. Ähm, so, ähm, jeden Tag, ähm, benutze ich, ähm, Duolingo. Ich habe eine sehr lange, äh, Strich, ähm, ich habe, ähm, kannst, können ihr, könnt ihr das, äh, sehen? Das ist, ähm, das ist, äh, 4-4-1. Ich habe, äh, jeden Tag vor, äh, 441, äh, Tage, ähm, Duolingo benutzt. So, ähm, ich, ich übe jeden Tag. Ähm, und, äh, vor kurzem habe ich, äh, über diese Herausforderung gelernt. Ähm, und ich mache jeden Tag eine Herausforderung. Ähm, manchmal mag ich das Thema nicht. Meistens, ähm, mag ich das Thema nicht. Aber ich, äh, denke, ähm, über das Thema, äh, und, ähm, ich, dann habe ich eine Idee, was kann ich, ähm, ähm, äh, äh, der, der Tag, äh, an, an der Tag, äh, an dem Tag, äh, sagen. Ähm, ähm, und, aber, ähm, 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 äh, es ist, äh, es ist egal, was, äh, was wir machen. Ähm, ähm, zu einer Sprache, so für Sprache lernen, ähm, ähm, muss man üben. Ähm, 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 ja, äh, ich weiß, dass, äh, es gibt, ähm, 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 äh, es gibt, äh, äh, deutsche Bücher, äh, und meine deutschen Sendungen, ähm, ähm, so ich, äh, ich versuche, äh, jeden Tag, ähm, ähm, mindestens eine, äh, eine Methode, äh, benutzen, ähm, ähm, und, äh, es ist besser, äh, zu zwei oder drei, äh, äh, Methode benutzen in, ähm, in, ähm, einem Tag, so zum Beispiel, ich mache jeden Tag diese Aufnahme und benutze ich jeden Tag Duolingo. Ähm, äh, aber, ähm, 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 äh, an, äh, an, äh, an andere Tage, ähm, ähm, Ich schreibe ein Tagesbuch über meinen Tag heute auf Deutsch oder ich lese ein Buch und diese andere Methoden helfen mir zu den Vokabeln, mich erinnern oder lernen und üben. Der Punkt ist, muss man viele Methoden benutzen und ich sage oft, dass ich noch nie an einem Kurs teilgenommen habe. Ich habe nur auf dem Internet gelernt und leider habe ich niemandem, dass ich mit sprechen kann. Aber ich kann mir sprechen. So, ich spreche jeden Tag zu mir selber und das ist auch eine Übung. Entschuldigung, ich habe so viele gesagt. Und ich weiß nicht, entweder gibt es eine kurze Antwort. Diese Frage, das Sprache lernen, Sprache lernen, Fremdsprache lernen. Das ist alles für heute und danke wie immer für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020